Sei es kurz nach der Jägerprüfung oder im Laufe des Jägerlebens, wenn das alte Fernglas mal runter gefallen ist, ein neues her muss oder ein Zweitglas irgendwie gekauft werden soll. Irgendwann ist jeder mal auf der Suche nach einem ordentlichen Fernglas und viele stocken da bei dem Preis. Gerade wenn man in den Premium-Bereich geht, dann legt man da ganz schnell 2000, 2500, 3000 Euro für ein Glas hin. Gerade wenn man da in die Bereiche 8x56 geht, dann wird es halt richtig teuer. Es gibt jetzt eine weitere Alternative aus dem günstigeren Bereich, Kite. Eine französische Firma hat auf der IWA im vergangenen Jahr ihr neues Fernglas Zervus HD rausgebracht. Die UVP liegt bei 659 Euro. Damit kann man aus meiner Sicht für diesen Leistungsbereich wirklich sagen, dass es fast schon ein Schnäppchen ist. Es gibt natürlich noch zahlreiche andere Hersteller, die auch in diesem Preisbereich liegen oder sogar da drunter. Da reiht dieses Glas sich genau ein. Das Kite 8x56 hat eine vollgummierte Oberfläche und ist oben ausgestattet mit drehbaren Augenmuscheln. Sie lassen sich ganz reinfahren für Brillenträger und sind dann in zwei weiteren Stufen einrastbar. Am rechten Rohrteil sitzt die Dioptrienverstellung. Der Mitteltrieb in diesem Glas ist relativ groß gestaltet und obendrein geriffelt. Gerade bei einem Ansitzglas, was für die Nacht gedacht ist und was auch im Winter genutzt werden soll, ist das aus meiner Sicht besonders wichtig. Weil sollte man wirklich sehr kalte Finger haben oder vielleicht sogar Handschuhe anhaben, dann ist das einfach super, wenn das groß dimensioniert ist. Es lässt sich noch gut bedienen und so weiter. Auf der Unterseite sind beidseitig Mulden eingearbeitet in die Oberfläche des Glases, wo die Daumen abgelegt werden können. Das macht das Beobachten über längere Zeit einfach sehr angenehm für die Hand. Also man kann das Glas einfach gut halten. Es liegt gut in der Hand und das macht das Beobachten sehr viel einfacher. Genau wie bei einer Waffe spielt das Gewicht bei der Beobachtung gerade über eine längere Distanz und auch über eine längere Zeit aus meiner Sicht zumindest große Vorteile aus. Das Glas ist wahrlich kein Leichtgewicht, ist aber kaum ein 8x56. Wir haben ja so 1200 Gramm Fernglas in der Hand. Das liegt halt wirklich ruhig in der Hand und wenn man damit lange beobachtet, gerade auf lange, auf weite Distanz. Man kann das sehr viel ruhiger halten, als wenn man zum Beispiel ein 8x24 Fernglas zum Beispiel in die Hand nimmt. Also gerade diese kleinen Operngläser zum Beispiel kennt wahrscheinlich jeder. Das ist zwar alles nett, die kann man sich auch in die Jackentasche stecken, aber die kann man nie so ruhig halten. Man hat immer ein wackeliges Bild unter Umständen. Weitere Ausstattungsmerkmale im Lieferumfang enthalten ist der Halstrageriemen. Oben gepolstert im Halsbereich mit einem Neopren. Trägt sich wirklich angenehm, muss ich ehrlich sagen. Wobei so ein Glas hält man nicht über 4, 5, 6 Stunden wie ein Pirschglas um den Hals. Also irgendwann läuft man da gebeugt, weil es einfach dafür zu schwer ist. Es ist dafür nicht gedacht. Man trägt das um den Hals bis zum Ansitz wahrscheinlich und dann stellt man es auf der Kanzel irgendwo in die Ecke und dann greift man es sich, wenn man es braucht. Fertig ist. Ja, neben dem gepolsterten Halstrageriemen ist auch noch hier so eine nette Transporttasche vom Hersteller mitgegeben. Und weiterhin, wie üblich bei den meisten Ferngläsern auch, sind Abdeckkappen sowohl für die Objektive als auch Okulare im Lieferumfang enthalten. Kommen wir wohl zum wichtigsten Punkt für viele Fernglasnutzer. Was taugt das Teil in der Praxis? Ganz ehrlich, das ist immer schwierig zu vergleichen, weil viele Hersteller geben Transmissionswerte an. Wir reden dann von 90 Prozent Transmission oder 93 Prozent. Dann unterscheiden die sich auch noch vom Tag und in der Nacht. Aus meiner Sicht ist das viel Marketing und für den Jäger, der es in der Praxis benutzt, hat das meist kaum Relevanz. Weil wenn wir von einem Unterschied von zwei Prozent Transmission reden, die kann kaum jemand in der Praxis sehen, wenn die überhaupt jemand sehen könnte. Weiterhin ist das Auge vom Betrachter in den meisten Fällen der limitierende Faktor. Weil wenn ihr Auge oder wenn das Auge des Betrachters einfach schlecht ist, dann nützt das beste Fernglas nichts, man sieht trotzdem nichts. Das heißt generell, gesunde Augen, junger Mensch sieht meistens viel mehr als ein älterer Mensch. Deswegen ist es da schwierig oft zu vergleichen, die Optik. Ich kann für mich sagen, ich habe in meinem Privatgebrauch habe ich selber ein Swarovski-Fernglas, also Premium Hersteller, 8x56, genau die gleichen Kenndaten wie das Glas hier. Am Tag sieht man natürlich in der Bildhelligkeit keinen Unterschied wie auch. Man sieht aber doch einen Unterschied im Bild selbst. Also nicht gerade in der Mitte des Bildes, sondern insbesondere in den Randbereichen. In den Randbereichen sieht man, dass die Schärfe des Bildes bei diesem Kaltglas, also bei dem günstigeren Glas, etwas weniger vorhanden ist als bei meinem Fernglas. Und da also die Randschärfe fällt ab und auch die Farbgebung fällt ein bisschen ab in den Randbereichen. In der Nacht wird der Unterschied dann aus meiner Sicht größer. Während bei dem Swarovski oder bei einem Zeiss noch feine Strukturen wie ganz feine Äste, Büsche oder Grashalme wirklich zu sehen sind, sieht man diese Konturen dieser ganz feinen Strukturen mit dem Glas nicht mehr. Also das muss man ganz einfach sagen. Jetzt würde ich aber sagen für die Praxis, wer will Äste zählen nachts? Deshalb, ich muss damit ansprechen können und ich muss damit sehen, auf was ich schieße. Das ist ja ein Beobachtungsgerät. Ich brauche das zum Ansprechen. Das heißt, ich muss da vor allen Dingen Sauen mit ansprechen können. Sauen und finden möglich noch einen Fuchs. Wobei Fuchs ansprechen, da muss ich nur die Wildart kennen. Und da reicht mir halt das ganze Tier. Da muss ich nicht auf Feinheiten achten. Nichtsdestotrotz ein Premium-Fernglas ist, hat die Nase vorn, ist einfach besser, kostet aber auch mindestens das Dreifache. Das muss man wissen. Aus meiner Sicht, das Glas und viele andere in dem Preisbereich reichen vollkommen aus. Gerade wenn man mit der Jagd anfängt, man weiß noch vielleicht gar nicht, ist der Nachtansitz vielleicht überhaupt nichts für mich. Viele Jäger gehen nachts nicht raus, weil es keinen Spaß macht oder was auch immer. Dann habe ich nicht 3.000 Euro oder 2.500 Euro umsonst investiert, sondern kann es hiermit ausprobieren. Und wenn ich dann wirklich meine, ich muss die Äste zählen und ich brauche auch noch fünf Minuten mehr bei schlechtem Licht in der Dämmerung, dann muss ich halt wesentlich tiefer in die Tasche greifen. Dafür bekomme ich aber weiter natürlich auch mehr.